moin moin leute und weidmannsheil wird der jäger sagen wir spielen heute mal way of the hunter ich habe schon mal ein bisschen angedüttelt wir sind an der jagdhütte oder sowas einer jagdhütte vom opa und ja ich habe da schon mal den schlüssel aus dem briefkasten rausgeholt bin in die hütte rein und solange das spiel geladen wird kann man ja noch ein bisschen quatschen und einen schluck bier nehmen so brösterchen so ach ja mit meiner neuen grafikkarte darf ich mir solche spiele jetzt endlich mal erlauben mit der alten grafikkarte ey da wäre das hier am da wäre die einfach abgefackelt da wäre die einfach abgefackelt die grafikkarte ich schwörs euch wenn ich das auf die höchste grafik gegenstellt hätte ich hätte gern die controller warte mal wollen wir denn hier maus aus zu fuß ausrüstung klar wollen wir denn hier steuerung mit der maus kann man das hier nicht irgendwie spiel ich würde nämlich gerne die empfindlichkeit von der maus ein bisschen hochdrehen ansonsten mache ich das per maus also per software so ja dann mache ich das per software ich hoffe das wird nicht eingeblendet weiß nicht sieht man das sieht man nicht okay egal so ja gut äh das muss ich dann später noch herausfinden so was müssen wir denn jetzt überhaupt machen äh ziele umschalten was ziele umschalten nehmen opa's altes gewehr aus dem waffen safe und befestige ein ziel fernrohr und fernrohr da dran okay ja wo ist denn das wo ist denn der tresor kann ich auch rennen oder so ja ich kann auch rennen ne ich teste doch mal kurz ja so kann man rennen okay aber wo zum geiler ist der tresor ist der da oben ist der waffen safe da oben ne hier ist nur so eine trophäen sammlung treffon genau die tür öffnen okay aber hier scheint nur ein balkon oh guckt euch diese schöne landschaft an ist das herrlich kannst du nicht mal offen bleiben so wir müssen noch mal runter hier wo wo ist denn die treppe da wo ist der waffen safe den würde ich jetzt gerne mal finden so ich schaue mich mal kurz hier oben waffen safe ne da ist eine küche da ist ein ausgang da müssen wir nicht hin denke ich mal hier aber hallo wo war eigentlich denn jetzt hier fest was seine scheiße dritte hier ist ein buch und öffnen hallo buch wo zum geier ist der scheiß safe wo ist oppa safe ach guck mal da ist es safe oppas altes gewehr okay ausrüsten dann denke ich mal auf plus oder warte mal ausrüstung haben wir okay sekundär aqua leopold vx freedom zwei minus sieben mal 33 also 33 33 fache vergrößerung denke ich mal ne ausrüsten zurück geil wie kann man denn zielen um deine aktive ausrüstung zu wechseln drücke um die vorherige ausrüstung okay links und rechts okay ne warte mal ach so mit dem mausrad ah schau mal eine an ist das geil oder was mein mausrad ist ein bisschen empfindlich ach so so das gewehr ja aber ziele umschalten wie kann ich denn zielen gehe auf den nordwestlichen balkon im zweiten stockwerk okay da war der balkon denke ich mal ja okay wir sind auf dem balkon gehe auf den nordwestlichen bla benutze das fernglas um fernglas hätte gern das fernglas da war es doch da war es doch da war es doch ja geht ein bisschen zu schnell hier benutze das fernglas um die markierten kontrollpunkte zu sehen die dich zu echos führen okay kontrollpunkte okay das erste haben wir zweiter liegt da okay das dritte ist da sie sind necker okay deine jagdkarte ist noch weitgehend erforscht wage dich über die hellen bereiche mit detaillierten informationen hinaus um deine karten an sich zu erweitern suche in hütten nach zusätzlichen kartenteilen um alle orte von interesse auf zu okay was ist das hier berden range was berden range was ist das denn berden range schnell reisen können wir auch anscheinend sieh dir die karte im büro an um deine erinnerung an die umgebung aufzufrischen okay büro warum ist die maus jetzt wieder so lahmarschig muss das echt mal bisschen schneller einstellen hier wollen mal büro und mal wo ist denn hier noch mal die treppe da büro büro da ist das büro okay das wird mir markiert verstehe und was nun computer benutzen absender robert mckay okay betreff fwd die krankheit breitet sich aus ach so das ist eine krankheit fwd verstehe okay eine weitere person wurde unter verdächtigen umständen ins krankenhaus eingeliefert nachdem sie maut ihr hirschfleisch verzehrt hatte okay senden um die nachricht zu verbreitern senden um die nachricht zu verbreitern keine ahnung wieder geht so wie ja sprich nicht mit meinem sohn ich denke der betreff sagt alles mein grausames hobby hat meine frau zerstört und ich möchte nicht dass mein sohn das gleich passiert oder meinem sohn das gleich passiert er hat sein eigenes leben und seine eigene karriere in l.a. er hilft dir nur aus mitleid und wegen deiner emotionalen erpressung belästige ihn nicht mit deinen angelegenheiten und kontaktiere ihn nie wieder gut von mir aus aber was soll ich jetzt machen warte mal ich sollte doch ins büro oder nicht ach guck mal karte genau das sollte ich machen ne neu entdeckt das land leben ok ok verstehe es gibt auf jeden fall farsane und dachse ok verstehe was soll ich jetzt machen steigen das auto ein ok dann steigen wir doch mal ins auto ein raus auf die veranda runter genau wo ist denn das auto ach so ich brauche gar nicht die schiff das dazu gedrückt zu halten um zu rennen ich brauchte nur einmal drücken um zu rennen ok verstehe ok wir sind im auto folge dem weg vom jagdhaus der dich in einer kreuzung in der nähe einer brücke führt kann ich da mal weg tabben mir ich hätte ich hätte gern diese scheiße da unten weg warte mal um es zu beschleunigen weh lenken weh asd das ist mir klar ok jetzt ist es weg kann ich auch querbeet fahren hier ist doch ein geländefahrzeug warte mal ich soll zu einer kreuzung aber wozu ach guck mal ich kann sogar hupen märp märp licht an und aus ok hier ist aussteigen ok verstehe aber wozu geier ist denn die kreuzung folge dem weg ok ja wir sollen dem weg folgen ja gut dann machen wir mal ach guck mal da oben ist dann sogar ein ausrufezeichen ich denke mal ich soll zu dem ausrufezeichen ist ja der tutorial jetzt erstmal ich glaube das ist auch die fassade die flüchten die flüchten vor mir aber mal ich gehe mal kurz auf obs ein bisschen runterschalten ja dann ist mir doch ein bisschen zu laut über obs also der sound zumindest ich schalte nächste mal den sound ein bisschen leiser im spiel so weiter so ein auto ist sehr nützlich aber was konnte das jetzt nicht lesen nach arsch ok wir sind an einer kreuzung oder akku mal da ist eine brücke soll zu einer brücke überquere die brücke und nimm die erste abzweigung nach links über dem fluss ok hier ist der fluss hier ist die brücke was quere die brücke und die erste abzweigung nach links über dem fluss hä 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 moment was was für eine abzweigung denn muss ich jetzt weiter hier lang oder was links über dem fluss warte mal müssen wir jetzt über den fluss fahren oder was ich probiere es mal ja also ich fahr auf jeden fall in richtung ausrufezeichen folge der straße und nimm die erste abzweigung nach rechts zu einem improvisierten parkplatz ok doch ein bisschen laut auf meinen kopfhörern so folge der straße bla gehe zu fuß weiter die hügel hinauf ok wir sollen raus ich habe mal kurz gehupt geh zu fuß die hügel hinauf erreiche die leiter und klettere hinauf was den hügel rauf ok ja gut dann gehen wir mal den hügel hinauf ich folge einfach nur dem kompass richtung ausrufezeichen da scheint wohl ein hochsitz zu sein weg was ja wir sollen im hügel hinauf das ist der weg hier geht's rauf hier zu fuß bla hier ist doch einmal wo sind das ausrufezeichen denn wenn jetzt ein bisschen leiter wo ist denn hier eine leiter bitte ich bin ein bisschen verwirrt war jetzt rede ich schon wie so ein berliner aber die haben ja fast denselben fast denselben dialekt wie wir im ruhrpott hör mal wahr und so ne aber wozu gar soll ich denn jetzt bitte lang ich soll den hügel hinauf ja geh zu fuß weiter den hügel hinauf erreiche die leiter und klettere hinauf ja aber wozu gleich ist denn jetzt bitte die leiter und äh ich folge jetzt einfach dem pfad hier ich soll ja da rauf ne ziele umschalten was ach so damit kann ich das ausmachen ok ne ja ich folge jetzt einfach dem pfad hier arschlecken man muss mal kurz ein schluck bier nehmen ich hab nämlich durst und da taucht auch wieder das ausrufezeichen auf ok na gut dann weiter den hügel hinauf wir sollen ja rauf ne wir sollen eine leiter finden und darauf klettern erst müssen wir den hügel hinauf ah guck mal da ist es doch guck mal da ist es doch ach guck mal da ist eine leiter leiter benutzen achso ich muss mich selber bewegen ich hab gedacht das läuft automatisch okaychen dann weiter 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 son zu dem stein hier ja und jetzt äh begrüße deinen alten freund echo okay begrüßen gut dich wieder gut dich wieder zu sehen mein freund okay äh besuche den schießstand um deine schießkünste zu verbessern okay wo lang wo muss ich denn jetzt hin da aber äh sollen wir zum auto oder wat oder wie hä ich check jetzt ich check's nicht wie komm ich denn jetzt bitte schön zum auto soll ich da runterspringen oder wat ich lauf jetzt einfach mal hier lang schießstand suche den schießstand ja aber ich kann doch hier nicht runter oder doch ich probier's jetzt einfach mal nein nicht runterfallen okay ähm ich versuche jetzt einfach mal hier so querbeet runter zu klettern so wagemutig okay bis jetzt ist noch nichts passiert hier ist ein bisschen steil ist hier noch irgendwie so okay hier könnten wir eventuell irgendwie querbeet runterfallen scheiße aua das hat weh getan hab ich hier irgendwie hp oder sowas nee ne ich springe ja einfach so querbeet runter wie so ein bisschen wie so eine besenkte sau ähm hier ist ein bisschen steil ne geronimo äh okay ähm ich weiß nicht ob ich mich verletzen kann aber egal ich geh jetzt einfach hier querbeet den berg runter den hügel hinunter aber da ist ja noch das tutorial so ähm glaube ich zumindest hat das dann noch das tutorial sonst würde ich ja nicht hier die äh ziele verfolgen ne ist richtig oder richtig so ich denke mal das spiel werde ich dann später mal live spielen ich denke mal heute morgen keine ahnung ich weiß noch nicht also ich muss mich erstmal noch mit dem ähm streaming gedöns auseinandersetzen ich kenne da schon einiges aber ich weiß schon wie das funktioniert also ne ich weiß schon wie das funktioniert aber äh wie man das mit dem geplanten stream macht das weiß ich bis jetzt noch nicht so gut aber das werden wir noch früher oder später ja herausfinden so wir folgen auf jeden Fall dem äh wo sind wir nochmal das auto da ist das auto so okay wir fahren mal mit dem auto dahin ne weil wenn ich jetzt dahin latsche dann brauche ich ewig und drei tage um nur anzukommen ich hätte auch dem pfad runterlaufen sollen äh runterlaufen können aber naja egal so okay äh wo war das ausrufezeichen da ja querbeet ab durch die rabatte querbeet ab durch den fluss ja uh war ein riesen fels im weg aber egal das schaffen wir schon scheuchen wir mal die viecher auf hier wir sollen zum skisstand ne skisstand egal ich fahre jetzt einfach querbeet durch den wald drauf gekackt und drauf geschissen eigentlich hier ist ein weg okay denk mal den weg sollen wir nehmen ne skisstand machen wir denn hier einen skisstand da ist ein skisstand denke ich mal oder ist das ein skisstand ja das ist das ist eine shooting range okay ähm du musst dein gewehr anziehen äh anschießen was du musst dein gewehr anschießen äh schau durch das zielfernrohr und stelle es auf entfernung von 50 ein 50 meter äh wie geht denn das mit der maus mit dem mausrad ah ok wo sehe ich denn jetzt 50 meter wo sehe ich denn jetzt wie viel 50 meter sind ah ok da stehe moment ich muss mal kurz ein bisschen näher dran das ist nämlich der skisstand und von hier aus sollen wir nämlich schießen lernen ok anvisieren 50 meter ist nicht gerade einfach aber peng du musst dein gewehr anschießen äh ok du musst das herz treffen ne das ist oder lunge hab ich jetzt ich hab doch richtig getroffen zoomen bla ja anschießen 100 meter aber ich hab keine 100 meter ja was jetzt ich schieße auf die viecher muss dein gewehr anschießen bla ja schön ja und jetzt nächstes ziel bitte mein äh ich hab keine munition mehr äh ok äh what new ja hab ich doch gemacht ich hab doch auf 50 eingestellt ach guck mal der muss erstmal nachladen oh ich hab das gar nicht gecheckt ich hab ja noch munition bei mir aber anschießen 100 bla stell es auf 50 ein was ist das 5 ja toll ich treff das ziel aber muss ich jetzt alle anballern hier oder was ich check es nicht äh ich weiß jetzt nicht was ich sonst machen soll warte mal äh gibt es hier irgendwas zum anklicken oder so muss ich hier irgendwas anklicken was ist das hey wallace don't forget to take care of bitches waking havoc behind your lodge sinlessly sin really was sin sin sorry äh myself mein englisch ist total eingerostet myself you're forgetting äh forgetful greaser ok keine ahnung ähm ich weiß nicht was ich hier machen soll also da steht ich muss mein gewehr auf 50 einstellen ok äh ich muss mal jemanden fragen ich muss mal jemanden fragen der sich damit auskennt ja äh leute ich hab keine ahnung was ich hier sonst machen soll ähm ich soll hier auf jeden fall die entfernung einstellen hab ich gemacht ob das richtig war weiß ich nicht ja egal leute äh ich mach jetzt erstmal schluss wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn ich eventuell live streamen sollte äh ja seid recht herzlich ja seid recht herzlich willkommen und äh dabei ne wenn ihr wollt ich mach jetzt erstmal hier äh Aufnahmestopp und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder reingehauen und ciao mitau mitau mitau